Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei ArchieGaming, Flo wieder am Start, heute gibt es eine weitere Squad-Binning-Challenge, unter anderem geht es genau hier um und zwar Icon Moments sind heute rausgekommen, aber heute ist eine SPC rausgekommen und zwar die 84 Plus Spielerwahl SPC um diese wollen wir uns heute primär in diesem Video kümmern, bevor wir rein starten in das Mega-Pack-Opening, könnt ihr gerne das Video supporten und zwar mit einem fetten Daumen nach oben, 300 Likes geben wir jetzt hier raus, zeigt Support, lasst lieber da gerne für den Algorithmus auch einen Kommentar da lassen und denkt dann Jungs unten die Glocke zu aktivieren, falls ihr keinen weiteren Content mehr verpassen wollt, ihr wisst Bescheid, Support ist kein Mord und ja, heute ist einiges rausgekommen, wir haben neue Ziele, neue Objectives, wir haben neue Icon SPCs, die ersten Icon Moment SPCs sind am Start, da seht ihr sie unter anderem und zwar hier Nedvedt, Pujol und Kleubert, außerdem heute Donnerstag der Tag der Top-Partien, ich weiß, einige warten immer drauf, aber dadurch, dass heute die 84 Plus SPC um die Ecke gekommen ist, wollte ich mich heute primär erstmal darum kümmern, wenn ihr Bock habt, dass wir uns trotzdem natürlich um die Top-Partien, SPC und um den ganzen anderen Rest kümmern, denn ihr seht hier unter anderem Ligaspieler Ruben Neves auch noch rausgekommen, dann lasst mich sehr sehr gerne wissen mit einem Daumen nach oben, dann werde ich morgen gegen 12 Uhr versuchen auch nochmal einen Online, ja einen Content Drop Online zu bringen für euch, mit den Top-Partien, mit den Moment Icon SPCs und so weiter und so fort, also falls ihr Bock darauf habt, lasst mich wissen mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar, wir gehen mal ganz, das Ganze jetzt einmal kurz sozusagen ganz entspannt mal eben durch, dass ihr Bescheid wisst, was ist heute rausgekommen und zwar der Ligaspieler Nummer 2 der Premier League, von Ligue 1 war es schon Benedetto, Ruben Neves ist es jetzt in diesem Fall, 89er ZM, ja, wie kann man ihn machen, 15 Partie gewinnen und zwar im Manager-Meisterstück, außerdem da 30 Tore dort machen und hier müssen wir jetzt übrigens mit nur Premier League Spielern, die in der Startelf stehen, machen, hier dann 20 Tore im Manager-Meisterstück, dann haben wir vier separate Partien, wo wir mit Premier League Spielern per Flanke zum Vorbereiter werden und sechs separate Partien mit angeschnittenen Schuss mit Premier League Spielern ein Tor erzielen, ebenfalls Manager-Meisterstück, jeweils 75 Plus-Packs bekommen wir zurück, Ruben Neves als 89er, wie gesagt, falls ihr Bock habt, dass wir uns den separat nochmal anschauen, wie gesagt, dann morgen im Video. So, weiter geht es und zwar zu den SBCs, da ist auch wieder heute einiges rausgekommen, gefühlt schon so gefühlter Sonntag, gehen wir erstmal ins Live-Segment und da sehen wir in Anführungsstrichen eine neue Upgrade-SBC und das ist folgende und zwar hier diese Seltenisspielerwahl 84 Plus, davon werden wir heute versuchen, 15, je nachdem, mal schauen wie viele Sets zusammenkommen, hier in diesem Video gemeinsam zu machen. Sechs Tage ist der SBC verbleibend, natürlich nicht wiederholbar und daher ist es dann einmal Tausch ein Team gegen einen von vier seltenen Goldspielern mit 84er Gesamtrating oder höher. Wir hoffen natürlich auf ein What-I-Spieler, insofern Hashtag Packlack rein und runter schon mal in die Kommentare, ihr wisst Bescheid. Ja, und dann haben wir links davon die Top-Partien, auch eine Woche verbleibend mit dem Mega-Pack, also da auf jeden Fall auch schon mal gutes 35k-Set for free sozusagen zum Mitnehmen und wir haben folgende vier Partien, Melbourne Derby, dann haben wir Aston Villa gegen Wolves, wir haben Inter gegen Atalanta und wir haben Atletico Madrid gegen Real Madrid. Die vier Partien in den Top-Partien, falls ihr Bock habt, dass ich da nochmal ein separates Video morgen dann gegen Zwölf mache, dann sehr, sehr gerne, wie gesagt, das Video supporten. Ja, und dann hatten wir ja hier die Spielerwahl-Icon-SBC mit oder Prime, die war rausgekommen, übrigens heute auch noch ein Trikot-SBC, falls ihr daran Interesse habt, live und kick ihn, also hier wieder, wenn ihr einen Bauch drauf habt. Ist es wieder ein 83er-Gradator-Squad, Jungs? Ah, nein, ist es tatsächlich nicht, Jungs, ist es tatsächlich nicht. Ihr A-Land doch noch ein bisschen dazu. Nein, Spaß beiseite, wir haben jetzt wieder den Icon-Tab und da sind die Moments-Icons am Start. Pavel Nedved, Kloyward und Puyol, außerdem die Laien, wie gesagt, die wollen wir uns heute aber nicht im Detail anschauen, werde ich dann morgen wahrscheinlich in einem separaten Video um Zwölf dann mit euch angehen. Wir sehen, auf jeden Fall schon mal 57 Tage verbleiben und wir werden uns jetzt um folgende SBC kümmern und zwar, Jungs, die 84 plus SBC. Ihr fragt euch, was müssen wir abgeben? Ich sage es euch und zwar folgendes, Jungs, ja, ein 83er-Gradator-Squad mit einem Team of the Week. Mindestens 60 Teamspiele und Anzahlspieler im Team sind 11. Ich würde sagen, wir gucken erstmal rein und zwar, was für ein Team of the Week wollen wir denn abgeben, Jungs. Was für ein Team of the Week wollen wir abgeben? Und da ist der eigentlich, ja, ich meine, Bernardo Silva ist 2-rated. Wir müssen ja eigentlich mit Isa gehen. Den haben wir zuletzt an der Upgrade-SBC, an Tradeable gezogen. Den nehmen wir mit. Mal gucken, vielleicht gehen wir auch ein bisschen in die La Liga rein. Gucken wir erstmal, was wir in der La Liga so unterwegs haben. Mal gucken, La Liga. Auf jeden Fall vieles SBC-Futter. Longley Suarez zum Beispiel zuletzt in den Picks gezogen, in Koke auch. Überhaupt kein Interesse, die zu behalten. Und dann hier ein paar 82er, 81er, die kann ich aber sowas von sehr, sehr gerne abgeben. Und hier noch ein 82er, hier ein 83er, Acuna, Watschlik, Jungs. Also ich glaube, wir können da ganz entspannt in der La Liga drinbleiben. Und Eda Militao lassen wir erstmal außen vor. So, und dann gucken wir mal, was wir für ein Rating denn hier hinbekommen mit den jeweiligen Spielern. Torwart, Linksverteidiger und ein wunderbarer ZM. Longley vielleicht auch. Obwohl, wollen wir mit Halb... Ja, vielleicht reichen zwei 85er schon raus. Ich weiß es nicht, Jungs. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal nach. Ups, das wollen die nicht. 82er Rating. Und was machen wir jetzt hier? Ist es schon ein 83er? Nein, ist es tatsächlich nicht. Was ist mit ihm los, wenn wir die switchen? Dann ist es ein 83er. Wollen wir es so abgeben, Jungs? Wollen wir das so abgeben? Also ich hätte jetzt echt kein Problem damit, das so abzugeben, Jungs. Wir gehen mal das Ganze kurz durch. Rülli ist untradable. Amazon, tauschbar. Untradable am Watschlik. Suarez, untrade. Untrade Longley. Munir, tauschbar. Untradable Rakitic. Kokel, 85er. Untrade. Soso, tauschbar. Isak, wie gesagt, untrade. Und Lemar ebenfalls untrade. Ich würde eben sagen, wir gucken mal nach dem 84er, wenn wir den noch einfinden. Nicht in der La Liga. Oder zum Beispiel Wadi anstatt dessen mehr 85er anstatt Suarez abzugeben. Das wäre mir egal, Jungs. Nicht ihn, sondern Rotry mal gucken. Und dann mal so ein Onana vielleicht abchecken. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Gucken wir mal nach. Das geht sogar, Jungs. Das geht sogar, klar. Das geht sogar, klar. Aber das halt dann wieder nicht. Geht noch weiterer 85er. Das auch nicht. Also da müssen wir dann halt echt mit dem 86er gehen. Ihr seht, so viel Luft ist da gar nicht mehr. So viel Luft ist da gar nicht mehr, wie manche denken. Naja, wir nehmen jetzt hier einfach ein Wadi-Party mit, anstatt ein 87er Suarez. Ich denke, das ist auf jeden Fall besser als vorher. Den Rest lassen wir erstmal drinne im Verein. Und dann würde ich sagen, schicken wir das Ganze ab. Ich gucke nochmal. Aber ich meine, ja, das ist tatsächlich die Deadline, Jungs. Das ist das Ende. Und ich würde sagen, wir schicken das Ganze ab und gucken, was wir drinne haben, Jungs. Packlack in die Kommentare, Jungs. Seltenes Spielerwahl. 84 plus. Wir wollen den What-If-Spieler sehen. 3, 2, 1. Let's go. Come on. EA. Okay. Lasst uns schauen. Untrade. Natürlich. Manche wissen es immer noch nicht. Aber natürlich Untrade, Jungs. 3, 2, 1. Packlack wird hier schon reingeschrieben in den Stream-Chat. Let's go. Varan habe ich schon Untrade hier auf dem Account. Insofern lasse ich den jetzt erstmal außen vor. Und ich würde sagen, ich gehe hier tatsächlich auf Rating, Jungs. Wir gehen hier auch mit einem Groß, würde ich sagen. 88er momentan. Sau, sau teuer. Oder was ist eure Meinung? Also top ist das hier nicht. TreadX war ran, wenn man ihn nicht hat. Natürlich. Ich habe ihn hier aber schon. Also UCL-Card. Ich könnte jetzt hier nochmal mitnehmen. Da jetzt nicht wundert, warum hier nicht steht Duplikat. Also da dann auf jeden Fall Rating mitnehmen. Wir nehmen Groß mit als 88er gerateten. Und das sind dann saftige 70k. Und ich denke, eine Sache interessiert euch auch noch. Was kostet die SBC? Ich hoffe natürlich, ihr habt bis jetzt schon meine What-If-Spieler gezogen. Oh, gar nicht so teuer, Jungs. Gar nicht so teuer. 30k. 30k soll die SBC anscheinend nur kosten. 35k, wenn es hochkommt. Stand jetzt kurz nach 19 Uhr. Also ich würde sagen, dahingehend ist es dann natürlich wieder ein Win hier, wenn wir hier gezogen haben. Im 88er Rating. Ich bin gespannt, was ihr drin hattet. Schreibt mir eure Packpuls rein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu den nächsten Sets. Let's go. So Freunde, da sind wir schon. Direkt bei Player Pick. Nummer 2. Mal gucken, was wir am Start haben. Natürlich hoffen wir auf den What-If-Spieler, Jungs. Daumen drücken heißt es. Und mal gucken, wie viele Sets wir zusammen bekommen. Let's go. Come on. Da geht es auf. Und wieder groß. Oh, Pepe ist am Start. Ja, da würde ich dann theoretisch auf den Inform natürlich gehen. 4 Sterne, 2 Sterne, schwanger Fuß leider nur. Aber dann nehmt gerne die Inform mit. GG auf jeden Fall zu der Special Karte zum neuen Team of the Week. Und ja, da würde ich sagen, rein ins nächste. So Freunde, Pack Nummer 3 ist am Start. Und 84er. Bis jetzt das in Anführungsstrichen schlechteste. 84er, 84er, 85er und 86er. Ja, da gehst du halt natürlich auf Rating. Nimm der Rea mit. Und ich würde sagen, wir gehen ganz schnell rein in Pick Nummer 4. So Freunde, Pick Nummer 4 ist da. Und der What-If-Spieler, Spieler? Oh, er hat schon gedreht. Sommer, Hummels, euer Sabal und Werner. Wo ist das Glück denn hin? 2,86er, gehe gerne auf Hummels. Ich denke, der ist generell dann mehr wert. Gut, auch für seine Position für Chemie rauszuholen. Er nimmt Hummels und wir gehen direkt rein in Pick Nummer 5. Abfahrt. So Freunde, und da sind wir direkt in 5 drin. Und wieder Hummels. Das kann doch nicht sein. Ist es denn deren Ernst? Da muss ich ja schon glücklich sein mit meinem Kurs. Da muss ich ja schon glücklich sein mit meinem Kurs. Wir gehen weiter. Direkt. Pick Nummer 6. Bitte der What-If-Spieler. So Freunde, da sind wir bei Pick Nummer 6. Jetzt, aber komm. Da muss doch jetzt was Gutes dabei sein. Da muss doch jetzt was Gutes dabei sein. Ich will keinen Hummels sehen. Yay. So, da geht es auf. 87er. Zwei Stück direkt zur Auswahl. Fabinho oder Killini. Da ist eigentlich egal, wie du nimmst. 87er. Immerhin das Rating geht jetzt langsam nach oben. UCL, Onana noch und Depay. Jungs, wann kommt der What-If-Spieler? 6 Picks jetzt durch. Wir gehen weiter in Pick Nummer 7. Mal gucken, ob wir die 10 noch voll kriegen. So, Freunde. Und da sind wir bei dem nächsten. Oh mein Gott. 85er. Wir sind bei 87er, Luis. Wieder der 87er. Nächster. Und Abfahrt. So, Freunde. Da sind wir bei Nummer 8 vom Player Pick. Und Marquez. Hoffentlich ziehst du was Gutes. Komm schon. EA. Ach du Alarm. Ach du Alarm. Leno, Alderwarei. Ui, Patricio. Er nimmt Alderwarei. Jungs, wo es das Peck lag. Es hat sich versteckt. So, next one, Freunde. Was ist... Wie da dieser Leno? Ich will ihn gar nicht mehr sehen. Kavachal Henderson jetzt. Als 86er draußen. Skrinja auch mit einem neuen Spielerbild. Ich weiß gar nicht, ob... Neues Spielerbild ist das nur bei der Serie A unterwegs gewesen. Man hat gesehen, CR7 hat ein neues Skrinja. Ich weiß gar nicht, was da los ist. Aber ja, Henderson oder Kavachal. Oder nimmst du jetzt quasi einen, den du nicht im Besitz hast und gehst auf Leno oder Skrinja. Ich würde trotzdem Rating mitnehmen und dann halt SPC-Futter. Oder Leute, Jungs? Er nimmt Skrinja mit. Und damit rein in Set Nummer 10. So, Freunde. Set Nummer 10. Und wahrscheinlich kriegen wir heute sogar noch die 15 voll. Mal gucken, was wir jetzt im Set drin haben. Let's go. So, und da geht es auf das Set der Player Pick. PC 84+. Oh mein Gott. Und wir haben tatsächlich vier 84er. Aber damit ganz schnell. Ganz, ganz schnell. In Pick Nummer 11. So, Freunde. Nach diesem schlechten 10. Set müssen wir auf jeden Fall jetzt noch die 15 hier voll machen, Jungs. Das geht ja gar nicht klar. Ohohoho. Das geht aber sehr gut klar. Set Nummer 11 gehört direkt Mbappu, Jungs. Der war noch vor kurzer Zeit extinct. Und das ist einer oder der erste What-If-Spieler mit im Upgrade, Jungs. Da ist die 87er geradete Karte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geupgradet. GG, Jungs. Zu einem Mbappu. Wie nice ist denn bitte das, Jungs? GG in die Kommentare und einen fetten Daumen nach oben für Mbappu direkt den geupgradeten What-If-Spieler zu ziehen. Das musst du auch erstmal können, Jungs. Und vor allen Dingen nachdem in Set Nummer 10 4,84 am Start waren. Kommt jetzt der What-If-Spieler. Was ist da denn los, Jungs? Was ist da denn los? Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in den nächsten drei Picks oder vier Picks am besten, ja. 12, 13, 14 und 15 noch und damit Abfahrt. Let's go. So, Freunde. Pick Nummer 12. Yo, zwei Info sind am Start. Boah, GG auf jeden Fall schon mal zu. Entweder geht's auf Rating und nimmst Ajoke mit oder Boadu die OP 84er geradete Karte. Boah, schwierige Entscheidung. Was machst du? Ich würde wahrscheinlich eher auf Boadu gehen. Den hast du dann als Fürst, oder? Ja. Arslan schreibt's auch gerade rein. Er nimmt ihn auch. Er ist krank, Jungs. Und damit direkt rein, Jungs. Jetzt läuft's wieder. Da wird man auch direkt wieder happy, Jungs. So muss es doch sein. Und direkt ins nächste Pick. Abfahrt. So, Freunde. Da geht der nächste Pick auf. Oh. So, Freunde. Nächstes. Direkt. Aber sowas von direkt. So, Freunde. Und damit kommen wir zum Ende dieses Videos. Pick Pack Nummer 15. Nennt es, wie ihr es wollt. Aber die letzten beiden waren ja... Ich lasse es unkommentiert. Last but not least ziehen wir jetzt. Und zwar... 92er Oblak. Let's go, Jungs. Zweit highest, bester nach Lewandowski an Rating. Oblak ist da, Jungs. GG auf jeden Fall dazu. Und damit hat das Video tatsächlich noch ein glückliches Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die 15 Player Picks. Wenn ja, zerstört den Like-Button, Jungs. Lasst uns auf jeden Fall so schnell wie möglich 300 Likes voll machen. Ich weiß, 300 Leute schauen das Video auf jeden Fall. Insofern, lasst Liebe da. Zeigt Support. Und wir sehen uns dann sehr, sehr gerne. Morgen zu den Top-Partien. Zu den Prime-Icon-Moment SBCs. Und ja, damit würde ich sagen. Bis morgen. Euer Flo von Archie Gaming. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.